Okay, let's go, ähm... Yo, was ist das denn? Was ist das denn? Da baut jemand das Podcast-Cover nach? Alter, das ist so krank! Alter, guck mal, wie groß das ist! Ich dachte, ich stelle hier nochmal was Dezentes hin. Leider nicht mehr fertig geworden. Es war eine geile Zeit und ich freue mich auf Season 2. Bei Dr. Code oder Takumi oder noch einer der vielen Namen. Oh nein, hier sind wieder Hühner. Hier hat jemand Hühner gepoppt. Junge, hier poppt jemand gerade. Nein, nein. Hey, hey, hey. Nee. Oh. Ach so, meine Papageien. Sitz! Äh, Papagei oder Huhn? Riskieren wir es? Hauen wir drauf? Hör mal, was klickst denn du da oben auf meinem Dach so rum? Ich klicke nicht. Du, Buu? Willst du mich verarschen? So, du kannst dir dein dreckiges Lachen sparen. Guck mal, wie du am Lachen bist. Hör mal, du, 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 du kranker. Guck mal, was du hier gemacht hast. Hey, ich finde das voll schön. Ach so, ja. Ja, von mir aus kannst du hier einziehen. Und ich ziehe bei dir ein. Ey. Ja! Du, Assi. Dein Bogen ist einfach so stark. Und ich hatte keine Rüste, keine Brustplatte. Das tut mir leid. Ist okay. Habe ich verdient. Die Kiste, die du da geöffnet hast, ne? Ja. Ne, Hals, Maul. Ich habe es selber ausgelöst. Ja. Geil. Ja, echt. Ich habe es selber ausgelöst. Geil. Weil du kierig auf dein nachträgliches Geburtstück warst. Ja, okay. Nice. Ey, Junge. Ich mache ja gar nichts. Ich mache ja gar nichts. Ja, ist okay. Ich mache es selber ausgelöst. 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 Du legst dich mit meinen Tieren an. Achso, das war mein Vogel. Alter! Na, Chat? Was sagt ihr? Auch legitim, oder? Ja? Chat? Du hast all deine Freunde verloren. Alles, was dir je was bedeutet hat. Junge, du Kranke! Hast du jetzt mein Kamel angezündet? Bro, mein Kamel! Hahaha. Hahaha. Oh, nice. Haha. Haha. Oh, nice. Haha. Haha. Oh, nice. steht hier noch alles hier ist noch alles unberührt unberührte Natur ok fängt Jobo an bei sich selber alles abzufackeln oder ne das Schiff da hinten brennt der ganze Wald brennt hier ich sag euch ehrlich der der lässt jetzt alles raus ach du Hacke ja ja geil hast du den Marktplatz abgefackelt nein alter oha was ist mit mir der macht grenzübergreifend ne tatsächlich nicht ich hab noch nix abgefackelt ok chat das ist nicht mehr in meiner Macht hier wissen wir jetzt wer der schuldige ist alter der Pavillon von Juli das so das ist jetzt was Persönliches das ist was Persönliches doch für mein Haus steht noch damit ich das selbst in die Luft sprengen kann alzer oh oha mit einem Huhn an der Leine ja mein Huhn ja ist richtig ja ich hab nen schwächentank bekommen ja oh nein oh jetzt geht jetzt kommt Pascal auch noch alle auf Drogo Ja, fresst ihn. Du Schmutziger! Jetzt war's das mit dir! Hugo für Arme! Jetzt gehst du aber zu weit, Jogu. Ich glaube, ich hab Wähler bekommen. Was hast du? Ich hab Mitglieder in meiner Partei. Ah, chillig. Stimmt, weil du nicht stark genug bist. Und jetzt? Was ist das jetzt hier? Ich jetzt gegen Train auch noch. Hol ihn dir. Was genau hab ich Train getan? Komm zu mir, Jogu. Zieh dich aus. Und dann tu es. Nackt. Es war schön gewesen. Du bist schön. Mit nem längeren Leben. Aber irgendwann ist auch mal Zeit zu gehen. Ist das Mark Forster, oder was? Ne, das ist, äh, Fanta 4. Oh Gott. Mit Danke. Okay. Hey, geil! Sah das episch aus. Das sah extrem episch aus. Okay, da fliegt der. Okay, ich bin jetzt auf Höhe 300. Höhe 400. Machst du jetzt ein MLG von da? Ne, ne, der bringt sich um. Aber ich probier's. Ich probier's, okay? Okay. Boah, jetzt schneit's. Ich bin höher 700. Marvin, wo stehst du? Bei Jogi, oder wo ist das? Ne, bei Jogu. Bei Jogu. Und ab jetzt lass ich mich fallen. Lass dich fallen. In meine Arme. Oh Gott. Jahrhundert? 300? Da kommt der! Da kommt der! Oh! Alter, so guter Stuff. Wie fühlt es sich an, mit so kranken Sachen rumzulaufen? Boah, ich weiß noch nicht. Weißt du? Hast du eine Endlichkeit drauf? Ne. Ne. Peinlich. Leg dich jetzt mal mit Train an. Aber du hast halt kein Schwert. Kein Schwert. Postkampf. Diese Dreckigen, die mich verraten haben. Ihr Verräter. Das ist Trains Schuld. Sende diese Nachricht an Train. Sag ihm, dass es seine Schuld ist, dass die Hunde sterben mussten, Easy. Auch wenn du sagst, du kannst da nix für. Es ist Train. Es ist Train. René schafft wirklich alles. Es ist Trains Schuld. Es ist nicht meine Schuld, Easy. Sei nicht sauer auf mich. Es ist das, was Train begonnen hat. Habe ich nur zu Ende gebracht. Das ist der Junge, Easy ist so sauer. Das Train. Easy, Easy, du musst dich jetzt beruhigen. Das ist die Sache zwischen mir und Train. Oh. Zwei. Eins. Go. Zwei. Zwei. Okay. 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 Okay, dann hier an den Server. Danke. Danke für das Server-Husten. Ja, danke dafür, dass du so ein Server warst. War aber echt cool vom Server. Ja, das war echt ein chilliger Server, der Server.